hallo schön dass du da bist herzlich willkommen bei der 21 tage verbundenheit challenge für mehr verbundenheit in deinem leben und in der welt wir das team vom gfk online festival wünschen dir ganz ganz viel spaß mit dem heutigen beitrag los geht's herzlich willkommen zur präsenzübung mit syrien wendler vom echte cv zu beginn dieser präsenzübung erlaubt ihr doch mal deinen atem wahrzunehmen und gibt ihm mal ganz raum dass der richtig tief in dich einströmen kann und nimm ein zwei tiefe volle satte atemzüge und dem ausatmen kannst du dich noch mehr in dir selbst ausbreiten so dass du deinen ganzen körper mit deinem bewusstsein füllst und deinen ganzen körper von innen heraus wahrnehmen kannst und dann geh doch mit der aufmerksamkeit mal zu deinen augen und erlaub deinen augen dass sie ganz weich werden und sich entspannen und erlaub dir ganz bewusst zu sehen was kannst du gerade sehen und atme dabei weiter und diene deine aufmerksamkeit aus zu deinen ohren lass auch die ganz weich werden entspann dich und höre was kannst du hören mit deinen ohren welche geräusche kannst du wahrnehmen und dann lass dich auch nach innen lauschen welche gedanken bewegen sich da gerade in dir und erlaubt denen ganz da zu sein die dürfen einfach da sein ohne dass du da einsteigen musst du darfst sie wahrnehmen und kannst weiter atmen und auch wahrnehmen was du gerade fühlst in welchem zustand bist du gerade wie fühlt sich dieser moment an und lass dich auch damit weiter werden lass dich weiter sinken und spüre deinen ganzen körper und erlaub dir mit all dem was du gerade bewusst wahrnimmst zu entspannen es gibt nichts zu tun es gibt nichts zu verändern du musst nicht irgendwie sein du darfst in diesem moment die realität dieses augenblicks ganz wahrnehmen genießen und da hinein entspannen dann schau dass du deine aufmerksamkeit bewusst nach außen richtest und erlaub dir wieder in bewegung zu kommen wieder ins tun zu kommen weiter zu machen mit dem was jetzt dran ist und gleichzeitig erinnere immer wieder diesen kontakt mit deiner innenwelt und erlaub dir zu entspannen und so ganz mit dir und dem moment in verbindung zu sein danke für deine aufmerksamkeit wenn dir der beitrag gefallen hat komm doch zu unserem gfk online festival mit über 30 workshops und trainerinnen mehr infos und anmeldung findest du unter www.gfk-festival.de wir freuen uns